Hallo Leute, ich wollte mich nochmal melden und wollte euch um einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit bitten. Wie ihr wisst, haben wir das Startnext-Projekt am Laufen, wo wir Crowdfunding machen, für die Rexworld-Ausstellung Mittel zusammenzubringen, damit die Umsätze, die wir hoffentlich in Antwerpen nächste Woche generieren, wirklich dem Künstler zugutekommen können. Ich hatte so gedacht, Mensch, 800 Facebook-Freunde, wenn da jeder von denen 5 Euro spenden würde, dann haben wir die fehlenden 4.000 Euro zusammen. Oder wenn jeder die Hälfte der Leute vielleicht 10 Euro spenden würde, hätten wir das Geld auch zusammen, was wir noch brauchen. So oder so, seid so gut, schaut euch bitte nochmal an, was wir für eine Kampagne aufgebaut haben. Der Link ist hier mit dem Text dabei. Schaut euch nochmal auf www.servicewerk.de die Geschichte an von Rex. Idee ist ja nicht nur, diese Retrospektive für diesen so wichtigen Künstler zu machen, sondern auch anschließend mit der Ausstellung bei solider finanzieller Startgrundlage auch weiterreisen zu können. Vielleicht können wir auch irgendwann bei euch in eure Stadt kommen, in eure Nähe kommen, vielleicht nach Süddeutschland, vielleicht nach Österreich, alles ist möglich. Aber wir müssen diese erste Runde jetzt schaffen. Es wäre also fantastisch, wenn ich euch gewinnen könnte, auch wenn es eine kleine Spende ist, einfach eine solidarische Unterstützung. Ihr kennt unsere Projekte, ihr wart bei John Palatinos, bei Robert Richards und anderen. Ihr habt gesehen, wie gut unsere Ausstellungen werden, welches Entertainment sie bieten. Und wir haben schon wieder vor, im Sommer eine tolle neue Sache auch in Berlin zu machen. Ich hoffe, dass ihr auch um der Wichtigkeit für die Szene allgemein bereit seid, Rex nicht nur vielleicht selber nochmal zu unterstützen, sondern eventuell auch sogar einen kleinen Text an gute Freunde weiterzuschicken, die das noch nicht mitbekommen haben, mit denen wir nicht verlinkt sind und einfach die Sache nochmal zu empfehlen. Es wäre toll, wenn ich noch viele von euch gewinnen könnte, bei dem Projekt mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende wünsche ich. Drei Tage haben wir noch, fällt mir gerade noch ein. Okay.